Wir beide arbeiten als Monsterjäger. Und der erste Schritt bei der Monsterjagd ist das Monster mit einem Zauber einzusperren. Menschen und Monster leben in verschiedenen Welten. Beide Welten drehen sich umeinander und stehen in einem empfindlichen Gleichgewicht. Und so gelangen Monster in unsere Welt. Ich muss es einfach wissen. Wenn sie die Monster erstmal kontrollieren kann, wird es für sie schwierig, sie hierher zu bringen. Als Jäger bin ich bloß zweitklassig. Und trotzdem hast du mich gerettet. Gib mir deine Hand! Solange du im Leben bist, bringst du nichts als Zerstörung. Ich werde dich beschützen. Du musst lenken! Aaaaaah!